zum theatercoaching es ist ja sehr lustig es gibt sehr viele schauspieler die sind unglaublich gute bühnenschauspieler und wenn sie eine kamera gehen dann machen sie auf einmal so da 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 und du denkst was ist das denn du spielst doch hier nicht für die 38 reihe das heißt die mittel sind ein bisschen andere als also vor der kamera andere als auf der bühne auf der bühne gelten auch andere gesetze und das lernen wir hier im theatercoaching auch wie bewege ich mich auf einer bühne wie bin ich präsent wie gehe ich mit meiner stimme um egal welche rolle ich auf einer bühne spiele ich brauche zum beispiel immer eine stütze das heißt stütze das bedeutet eine stimmtechnik eine sprechtechnik sonst komme ich gar nicht über die ersten zwei rein ich kann euch das genau erklären und ich werde euch auch übungen zeigen die ihr dann zu hause machen könnt und die euch helfen werden mit dieser technik ja auf der bühne zu bestehen